Jetzt vielleicht? Hallo? Wie wär's mal? Rückkehr zwecks Reparatur? Hallo? Oh, wie blöd seid denn hier? Das ist echt nicht mal wahr. Dann ist wieder all meine Energie weg. Scheiß drauf. Oh, jetzt seid ihr immer noch nicht repariert. Sag mal. Hey. Mann, da her jetzt. Doch nicht wahr. Reparier den. Dann wird man ja aggressiv. Mann, 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 Mann. Komm, komm. So, nächster Angriffsversuch. Ich brauch die scheiß Ölquelle da oben. Das wird sonst nix. So, zwei. Zwei Reparier, dass wir das Kraftwerk hier fertig. Bin schon wieder halb tot, bevor ich ankomme. Da, vernichten. Vernichtet den. Los, los, los. Sag mal. Was macht ihr da unten? Ihr sollt losfahren. Nee. Nee. Einfach nur. Nee. Oh, die Allerie ist weg. Sie ist weg. Sie ist weg. Nein, da ist noch eine Scheiße. Oh. Ihr fahrt vielleicht auch irgendwann mal los? Irgendwann, Mann. Geil, der Rest interessiert mich erst mal nicht. Los, weg da. Ich will noch nicht gewinnen. Obwohl, was auch immer das ist. Das können für die Luftangriffe da sein. Zerstört das auch noch. Oh, ja. Blast sie weg. Nein, nicht die Mauer. Das da. Oh, ja. Okay, jetzt noch alle Rückkehrzwechsreparatur, Rückkehrzwechstemperatur, 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 ja, Temperatur, genau. Den heizen wir jetzt ordentlich ein, ja, mit 200 Grad plus. So, jetzt erst mal die Ölquelle da unten einnehmen. Ein harter Kampf, ein harter Kampf. Aber, es wird, es wird, doch nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Naja, wisst ihr jetzt wieder repariert, sei, dauert es noch zwei Wochen. Wisst ihr alle da unten, sei, dauert auch noch mal zwei Wochen. Was? Wie? Wo waren wir? Da ist ja gar keine Ölquelle. Bin ich bescheuert? Wie komme ich drauf, was da Ölquelle ist? Ich dachte, da unten wäre Ölquelle. Hä? Bin ich jetzt besoffen? Mal schauen. Nein, hier steht kein Alkohol rum. Ich fahr einfach mal hin. Yeah, fahrt in euren Tod. Ich kann euch nämlich nicht ausstehen, ihr fetten LKW-Fahrer. Da ist eine Ölquelle. Oh Gott. Nein, nicht speichern. Spiel laden. Boah, jetzt zuletzt gespeichert. 13, 14, 13, 14, 13. Da. Da. Gott, das heißt, ich muss es auch dann unterfahren, wenn ich die Ölquelle haben will. Äh, was? Spiel laden, habe ich gesagt. Was ist ja... Ja, und da bin ich erst vor so ein Spiel geflogen, warum auch immer. Das heißt, ich kann ihn nicht mehr laden. Lad... Laden... Komm schon. Missionstimer aktiviert. Na also. Zwei, zwei fährt jetzt erst mal da raus. Und eins. Oh, Himmel, hilf. Oh, das ist ja schlimmer als auf der Laufparade hier. Die einen wollen raus, die anderen rein. Und dann unterliegen zwei Arefakte. Ich will die haben. Ich will... Habe ich nicht gesagt, ihr sollt dahinter fahren. Nein, hast du nicht. Das wüssten wir. Okay, okay. Ganz ruhig. Ich werde jetzt niemanden töten. Aber viel fehlt nimmer. Fahr da hin. Das war dann alles, was ich erforschen konnte, ja. Weil ich die Artefakte... Ihr seid ja immer noch nicht an einer Reparaturplattform. Komm, sag mal. Echt, wenn ich den erwischte, der die Wegfindung gebraucht hat. Ich schlag den Tod. Ist mir egal, wie schwer es ist, so eine zu machen. Nie sagen wir nur grausam. Einheiten verkannten sich dauernd. Oh, ich habe nur noch eine Viertelstunde. Komm schon. Komm schon. Gister findet noch eine Aufrüstung. Dass die zehn mal so schnell reparieren. So, speichern. Oh nein, jetzt muss ich sie alle wieder rausfahren lassen. Was ist schlimmer, rein oder rausfahren lassen? Schwierig, Schützfrage. Schwierige Frage. Okay, wir wollen die Ölquelle da unten noch haben. Hey, mein Cyborg lebt noch. Mit seiner Reisetasche oder was er da dabei hat. Sieht halt echt so aus, als hätte er irgendeine Tasche in der Hand oder so dabei. Okay, eine Tasche mit zwei Löchern hinten dran. Und dann vorne kommen Raketen raus, aber... Das ist nicht so ungewöhnlich für Taschen. Aber cool finde ich, dass man das machen kann. Dat finde ich echt cool. Gruppe 1. Und sie greifen wieder an. Machen wir zurückziehen. Oh, fegt euch doch. Naja, sammeln mal Einheiten, dann noch ein wenig Erfahrung. Ah, die Commander scheint schon ein wenig was zu bringen, so wie ich das Gefühl habe. Ja, doch. Ja, komm, greif. Greifen wir erst mal da oben an. Hey, ich habe gesagt, da oben. Warum schießt du immer noch da runter? Nein, Moment, machen wir erst noch den Turm da kaputt. Komm. So, fahrt mal jemand über das Artefakt. So, und jetzt zurückziehen. Zurückziehen. Was war in dem Artefakt drin? Verbessere Konstruktionstechnik. Oh, nehm mich sofort. Zieht euch zurück. Das wäre das schwierige, Gepotu. Sehr, sehr schwierig. Haha, Moment, sie verfolgen mich nicht. Ich schlag zurück. Vernichtet sie. Verdammt. Sind das jetzt eigentlich nur Schüsse oder auch irgendwie so Waffe-Technik? Also, nein, so Sensortechnik. Ich weiß nicht, es sieht irgendwie merkwürdig aus. Speichern, wir speichern, wir speichern da. Den Turm da oben wollen wir noch nicht plätten. Nein, dann wäre die Mission ja vorbei. Wir wollen erst mal den da unten haben. Vernichterst bei den Turm. Und anschließend die Aufhängung. Und, ah, ist... Wenn wir das nicht taktisch machen, ist das viel einfacher. Langweilig. Energieressource. Ja... Aber ich hab noch... Naja, das reicht noch. Und durch Mauern zerstören, bekommt man auch Erfahrung, hab ich gelesen. Also, hat mir Kevin 562-3680 gesagt. Deswegen jage ich die jetzt auch noch in die Luft. Oh, das rumsst so schön. Ich frage mich nur, was ist in den Bauern drin, dass die dauernd so explodieren. Oh, komm, vernichtet sie. Oh, ja, sie sind schon voll richtig befördert, mein Commander. Ja, jagt sie in die Luft. Vernichtet sie. Und die Mauer auch noch. Gut, jetzt ziehen wir uns erst mal zurück wieder. Und reparieren erst mal wieder. Während ihr da runterfahrt und Energie aufbaut. Ah, speichern. Ach, die kann ich jetzt wieder in den Einzelnenbefehl legen, oder? Hoffentlich funktioniert das so. Ja, 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 ja. Weg, weg, weg. Ah, es funktioniert. Superbeton. Und Sensorverbesserung. Jawohl. Systemforschung abgeschlossen. Alle gewissen... Ja, schnellere Konstruktion. Ah. Ich liebe es jetzt schon. Ich liebe es jetzt schon. Reparieren. Konstruktion abgeschlossen. Was ist das? Zum Transporter. Wir haben keinen Transporter. Jetzt muss ich da unten nur noch ein wenig was aufbauen, damit es nicht gleich wieder weg ist. Aufhängung mit Lenser. Oh, noch ein wenig Ölfessler. Oh, herrlich. Luftangriffe gibt es scheinbar auch keine mehr. Hahaha. Ah, so lässt sich's leben. So lässt sich's leben. Konstruktion abgeschlossen. Moment, kann ich auch mehrere Dinge mit Schriftballen? Noch 10 Minuten. Ja. Grundlagenforschung abgeschlossen. Geil. Geile Scheiße. CB-Turm. Ah, das ist dieses komische Ding da, ne? Systemforschung abgeschlossen. Neue Wärmeinvolution geortet. Erweitert Sensorreichweite. Alle Sensoren werden automatisch aufgerüstet. Systemforschung abgeschlossen. Bisschen laut, aber egal. Ihr werdet noch repariert, sehr schön. Herrlich, herrlich. Vielleicht soll ich ja noch ein wenig Luftabwehr hier aufbauen. Ich meine, die Mission ist ja jetzt im Prinzip gewonnen, oder? Ja. Und mein Transporter, der kommt wohl nie wieder an. Hab ich da irgendwie für die Fabrik entwegen? Nein. Das ist noch alles frei? Keine Ahnung. Die Einheiten sind also fast. Geile Scheiße. Geil, ich bau da noch ein wenig Luftabwehr. Verlieger, eins. Konstruktion abgeschlossen. Hier, fahrt man daher. Ach so, ist die Konstruktion. Oh, oh, was zur... Wie hat der sich denn da jetzt reingekeilt? Kommt der da wieder raus? Was glaubst du denn? Natürlich nicht. Moment, wir fahren dir erst erst mal irgendwas Zeit und... Hmm. Ufff. das könnte jetzt im Moment dauern da fahr' mal reparieren hier ich will euch nicht verlieren ja das war's dann erstmal gut jetzt kann man im Prinzip auf 1.5 erhöhen Konstruktion abgeschlossen ja im Prinzip Grundlagenforschung abgeschlossen äh, halt was ist das jetzt? CW-Turm? Hab ich den nicht eben schon erforschen? Systemforschung abgeschlossen ah, CW, okay und feindliche indirekte Feuernstellung weißt du die indirekte Feuereinheit auf Feinstellung zu feuern aaaah das heißt also meine Adlerie schießt dann ihre Adlerie dann kaputt hier oder mit Bohr verstärktem Hartbeton boah, das war doch irgend so scheißhaares Metallzeug ich ich ich